Klaus Pedersen kommt ins Freudenhaus. Er fragt die Puffmutter, Moin, gibt's heute ein Motto oder sowas? Die Puffmutter, ja, heute ist Hurenmaultag bei der geilen Betty, 30% auf Oralsex. Klaus, klingt super, wo finde ich die geile Betty? Die Puffmutter, den Gang durch, dritte Tür links. Klaus geht hin, klopft, stellt sich vor, zieht sich aus und fragt einfach nochmal nach. Hey Betty, wird es sich auch für mich lohnen? antwortet Betty, guck doch mal aus dem Fenster, Klaus, und sieh dann den BMW an. Den hab ich mir mit meinem Mund verdient. Perfekt, freut sich Klaus, und Betty fängt an, loszulegen. Eine Woche später, Klaus fragt erneut nach einem Motto bei der Puffmutter. Sie antwortet, ja, die geile Betty bietet heute 30% auf Poposex, den Gang durch, dritte Tür links. Nackt vor Betty stehen, fragt Klaus erneut. Und Betty, wird es sich auch heute für mich lohnen? antwortet die geile Betty. Siehst du den Mercedes da draußen? Den hab ich mir mit meinem Po verdient. Sehr schön, freut sich Klaus, und beide gehen zur Sache. Wieder eine Woche später ließ Klaus bereits an der Eingangstür zum Bordell auf einem Schild 30% auf Girlfriend-Sex heute. Klaus geht hinein. Ganz selbstsicher ruft er der Puffmutter zu. Ich weiß, ich weiß, die geile Betty, den Gang durch, dritte Tür links. Nackt vor der Betty stehen, fragt Klaus wieder. Na, Betty, ich weiß, die letzten beiden Male waren fantastisch. Aber wird es sich auch heute wieder für mich lohnen? Betty entgegnet. Ach, Klaus, weißt du, siehst du den Ferrari da draußen? Der könnte bestimmt auch meiner sein, wenn ich denn überhaupt ne Muschi hätte. Ich weiß, wie du siehst, siehst du den Ferrari da draußen?